hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom eurotruck simulator 2 wir sind gerade aus akaba raus und fahren jetzt wieder hier nach israel rhein glaube ich also jetzt gerade raus dahinten dann gleich rein so vorsicht geschwindigkeit wir dürfen nur 10 zehn stunden kilometers mehr ist nicht upsala entschuldigung ging es mikro gekommen war so nicht geplant können die hier nehmen weil da braucht man nicht warten bis wir da sind ist der weg und müssen nachher mal irgendwann doch ein bisschen tanken ding so papiere prüfen geht klar jungs mädels weil ich vermute da unten sind sie ja nur jungs oder achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung wir fahren wir jetzt mit normaler geschwindigkeit das sind auch noch zwei fragezeichen müssen wir aber ein andermal aufdecken biege nach rechts ab ja machen wir da ist frei genug die warten doch bestimmt gerne so wir dürfen wieder 80 vorn kommt doch irgendwo nach einmal eine tankstelle da sollte man vielleicht kurz kurz stoppen aber das dauert noch ein bisschen mache ich jetzt auch wo man ladung holen kann keine ahnung was für welche man da kriegt aber gucken wir mal irgendwann kriegen wir das auch noch raus aber bis dahin jetzt noch ein bisschen dauern ich bin noch mal gespannt wann das schwarze meer dlc kommt 2019 heißt es ich hoffe nicht dass es jetzt die die woche kam das wäre schade aber ja wäre dann einfach halt so immer geradeaus ja machen wir ich meine das wird dann eh ein bisschen dauern bis ich euch das zeigen kann weil wir müssen da eben dann erst hinfahren ne von köln aus von kolonia da sind wir dann natürlich auch wieder ein paar folgen unterwegs wobei der mach ist wahrscheinlich so wie letztes mal ich mache die halt einfach länger dass wir dann eine halbe stunde machen und dann sind wir auch relativ zügig dort und dann bin ich jetzt eigentlich an der tankstelle vorbeigefahren ich weiß es gerade nicht ich meine wenn ja es ist kein drama wir haben noch ordentlich sprit das ist also kein thema immer geradeaus immer geradeaus immer geradeaus beerschieber jawohl da sind wir in der letzten folge gestartet nach akaba da kommt die tankstelle da kommt die tankstelle da machen wir dann noch einen kurzen stop oh falsch rum ups upsie passiert das ist immer ein bisschen gegen die verkehrsregeln aber ja ich hoffe sie verzeihen uns das da ist frei da sehe ich nichts dann gehen wir mal davon aus dass frei ist ja ist frei so wie man das eigentlich nicht tun sollte aber ja passiert ne das passiert hier kam die wohngegend genau und dann kommt gleich auch schon Bär Schieber oder wie auch immer sich das ausspricht und dann sind wir auch schon bald am Hafen äh ich weiß keine Farben ne haha wir müssen noch ein Stückchen höher von dem Hafen hier aus können wir ja nur nach Griechenland übersetzen das wollen wir nicht äh müssen wir zwischendurch noch pennen drei Stunden uh das wird knapp da müssen wir wahrscheinlich vorher noch pennen gehen bevor wir beim Hafen sind fürchtig jup machen wir das werden wir nicht schaffen bis zum Hafen fürchte ich weil wenn wir es bis zum Hafen schaffen dann können wir natürlich nicht auf dem Schiff ausruhen aber ich habe da so meine Zweifel dass das funktioniert weil wir fahren relativ weit in den Norden von Israel hier bevor wir da übersetzen deswegen wird das nix werden wird das nix werden immer geradeaus sehr gut sehr gut du biegst ab der ist Post minus 300 Meter was minus 300 Meter und das ist immer ein bisschen schnell unterwegs minus 150 Meter dann ist das noch so so das ist immer noch ein bisschen das ist immer noch passiert Da waren wir ja kaum 150 Meter unter dem Meeresspiegel. So hoch sind wir nicht gefahren, behaupte ich jetzt mal. Oder geht das da wirklich so tief runter? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Weil das wäre schon ziemlich heftig. Ziemlich sehr heftig sogar. Jetzt sind wir schon mal gefahren. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass wir das nicht mehr bis zum Schiff schaffen. Bis wir pennen müssen. Zwei Stunden, zwölf. Das wird eng. Ziemlich eng. Ich muss hier mal gucken, ob wir das überhaupt in der heutigen Folge schaffen. Oder ob wir da auch irgendwo einen Cut machen müssen und dann hoffen, dass wir das in der nächsten fertig fahren können. Die werde ich heute nicht mehr aufnehmen. Das kann ich dann nächstes Wochenende machen. Oder halt jetzt am Wochenende, was dann jetzt kommt. Wenn ihr die Folge seht. Ja, und falls bis dahin das DLC draußen sein sollte, dann ist es halt so. Weil dann starten wir automatisch wieder in Köln. Dann muss ich hier die ProMods deinstallieren. Weil die werden damit noch nicht kompatibel sein. Das wird dann noch ein paar Wochen wieder dauern. Bis das kommt. Und das wollen wir natürlich nicht. Äh, also, ja. So lange warten will ich natürlich nicht. Da fahre ich natürlich vorher schon Richtung Schwarzes Meer. Das muss dann schon sein. Da war auch schon der Gäner. Das heißt, wir werden da vorne dann auch gleich mal Rast machen. Aber wie gesagt, bis zur Fähre werden wir noch ein bisschen unterwegs sein. Das hätten wir dann auch hier tanken können, aber... Ja. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Hm, da haben wir. So. Machen wir Rast. Machen aber keinen Cut. Wir kommen zur Ruhe und starten bei Regen. Was ein Wetter. Was ein Wetterchen. Und es donnert auch noch. Nett. Nicht. Das ist so das Wetter, was man nicht wirklich braucht beim Fahren. Regen ist immer doof. Wobei Regen und Dunkelheit ist noch blöder. Weil, ähm... Ja. Man sieht einfach nicht viel. Es ist alles schwerer zu erkennen, wenn es bei Dunkelheit regnet. Ich hoffe mal nicht, dass da jetzt gleich der Hafen kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Von daher... Bitte links halten. Ja, machen wir. Werden wir noch ein Weilchen unterwegs sein. Und das werden wir auch heute nicht schaffen. Ich denke, dass wir heute bis zum Hafen kommen und... ...den Rest dann in der nächsten Folge fertig fahren müssen. Bitte links halten. Und ja, ich hoffe, dass wir es auch noch fertig fahren können. Wäre schade, wenn nicht. Aber, ja, wenn... ...wenn doch, dann ist es einfach so. Dann müssen wir ein andermal da hinfahren. Und dann kommen wir vielleicht auch über Land dahin. Müssen nicht über Griechenland, äh... ...übersetzen. Sondern können tatsächlich über Land fahren. Bitte links halten. Weil dann das Schwarze Meer und alles dazwischen ist. Weil das wäre wohl der einzige Grund, weshalb... ...jetzt ein größeres Karten-Update käme. Das ist eigentlich nur der Fall, wenn es halt ein DLC gibt. Und, ähm... ...dass entsprechend angebunden werden muss. Und dann starten wir halt wieder... ...in Colonia. Wow. Da hätte es mich aber noch vorlassen können, mein Lieber. Oder mal eine Libé. Alles gut. Ich darf 90. Ja, das hätten wir auf jeden Fall... ...nicht mehr alles geschafft. Ohne zu pennen. Das war schon nötig. Mehr als nötig. Tanken brauchen wir noch nicht. Hyper, Hyper. Fast wie Hyper, Hyper, ne? Damals von Scooter. Mehr kennt's nicht. Okay, wahrscheinlich... ...je nach Alter... ...einige nicht. Das waren ja, ich glaube, 80er... ...80er Jahre, wo das rauskam, ne? Wenn ich mich nicht ganz vertue. Wir sind ziemlich flott unterwegs. Wenn ich das mal so festhalten darf. Da müssen wir auch noch hoch, da rechts. Irgendwann eine Mall. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, 50. Oh. Wir sind geblitzt worden. Einmal Erinnerungsfoto. Und da ist der Hafen. Sehr gut. Das passt hervorragend. Weil jetzt dann auch gleich... Ups. 20 Minuten rum sind. Äh. So. Jetzt sehen wir wieder. Dann können wir hier nämlich hervorragend den Cut machen. Und in der nächsten Folge dann... ...sofern uns das DLC nicht dazwischen kommt... ...die Fahrt beenden. Ja. Vorher muss aber grün werden. Vorher muss es grün werden. ...wäre zumindest sehr von Vorteil. Heiferhafen. Da müssen wir nicht hin. Das ist eine Arbeitsagentur. Aber hier müssen wir abbiegen. ... ... So. Und damit sage ich dann auch... ...vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen... ...und dann seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne... Tschüss. Bis zum nächsten Mal.